Hallo Freunde, ich wollte mal wieder ein Video machen, nachdem ich jetzt bitlive irgendwie keinen Bock mehr habe, kommt jetzt das Neues, nämlich ich werde meine Lieblingsvornamen sagen, aber das ist keine richtige Rangliste, nur die ersten zwei, drei Plätze würde ich als Rangliste sehen, also die ersten drei sind auf jeden Fall meine Lieblingsnamen, stand jetzt, der Rest ist ein bisschen gemischt, ich werde dazu gleich noch eingehen. Der Name Jannis, würde ich sagen, ja Platz 33 auf keinen Fall, der würde auf jeden Fall weiter oben stehen, weil Jannis finde ich einen recht schönen Namen. Justin, ja Justin, unbeliebter Name, aber ich finde der Name ist einfach cool, ja beliebter, beliebter Name wird es wohl nie werden, aber ich finde den Namen cool. Leo, Leo ist ein richtig, richtig schöner Name, finde ich persönlich, sehr, sehr kurz, aber ja, er hat was und er würde bei mir auf jeden Fall mindestens Platz 10 erreichen, aber ich weiß nicht genau, also da sind ja so viele schöne Namen dabei. Lars, Lars, Lars ist ein schöner Name, finde ich immer noch, ist ein cooler Name, auf jeden Fall. Robin, ja Robin, also ich mochte den Namen vor längerer Zeit gar nicht, aber ich finde der Name hat mittlerweile wieder was. Ein berühmter Robin ist zum Beispiel Robin Hack, dann Felix, Felix, ein richtig schöner Name auch wieder, der Klang gefällt mir von dem Namen recht gut, also auch ein schöner, junger Name. Lionel, ja Lionel, ja Lionel, hat er irgendwas, ich weiß nicht, ist eigentlich auch ganz cool. Yannick, Yannick, also ja, Yannick, bevorzugt ohne C, weil mit C finde ich das einfach furchtbar, hatte einen Yannick, der war, ja, in Ordnung in der Klasse, äh, früher. Yannick ist eigentlich auch ein ganz cooler Name, äh, berühmter Yannick, würde ich sagen, Yannick Keitel vom SC Freiburg. Valentin, ja, ist auch kein schlechter Name, finde ich persönlich. Dann haben wir Julius, ja, Julius Duka, würde ich jetzt sagen, von Eintracht Braunschweig damals. Julius, auch ein schöner Name eigentlich. Nils, ja, hat auch was. Dann den Namen Fabian, Florian, Adrian, finde ich persönlich auch recht schön, also da eine Rangliste zu bilden, wäre für mich unmöglich. Erik, ja, auch sehr schön, bevorzugt mit K, aber C hat auch was. Leon, ja, Leon ist ein richtig schöner Name, einer der beliebtesten Vornamen Deutschlands, also einer der beliebtesten jungen Namen. Warum auch nicht, ich finde Leon ist auch ein richtig schöner Name, kurzer Klang, irgendwie so Leon Bayer, Leon Müller oder was weiß ich, was es da alles an Nachnamen gibt. Mit Leon, äh, was gibt's denn da, Leon Fischer, ja. Er hat einen Klang, hat einen schönen Klang, finde ich persönlich, ja. Bastian, ja, der beliebteste, äh, der bekannteste Bastian ist vermutlich Bastian Schweinsteiger. Ich finde auch, Bastian hat was als Name. Der kleine, acht, neunjährige Bastian, warum nicht, es ist eigentlich schon ein guter Name, finde ich persönlich, ja. Der Jan, ja, Jan finde ich auch recht schön vom Klang her, cooler Name. Lennox, ja, ein bisschen exotischer, ein bisschen, klingt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch ganz cool, ja. Wenn man überlegt, diese Namen tut man eigentlich für Jungen, also nur für 10, 11, 12-Jährige anwenden, ne, versteht ihr, ab dem 18. Lebensjahr ist eigentlich der Vorname recht egal, da wird man ja hauptsächlich mit Nachname angesprochen. Also es geht ja wirklich nur um die ersten Lebensjahre und da geht es halt auch darum, ob der Name zu einem Jungen gut passt und ich finde, ja, in der fünften, sechsten Klasse, Lennox ist eigentlich auch ein ganz guter Name. Jaden, auch ein schöner Name. Julian, absolut. Äh, wenn ich den Namen Julian höre, denke ich direkt an Julian Eitschberger von Hertha BSC. Ein, ein schöner Name, ja. Also ich finde, Julian hat was. Alexander, ja. Auch ein cooler Name. Auf jeden Fall, ja. Finde ich, finde ich auch ein guter Name für Jungen. So, was haben wir denn noch? Louis, ja, bevorzugt mit der, die französische Variante, oder? St. Louis wird ja auch mit O-U-I geschrieben. Äh, die deutsche Version ist natürlich U-I-Louis, aber ich finde Louis mit O-U-I eigentlich sympathischer. Ich weiß nicht, gefällt mir besser. Lennart oder Lennart, ja. Ja, ist halt wieder die Frage, D oder C. Geht beides. Auch ein schöner Name. Luca. Ja, sehr, sehr bekannter Name. Sehr beliebter Name. Hat auch was. Paul. Ja, Paul finde ich eigentlich auch einen recht schönen Namen. Vom Klang her. Äh, auf jeden Fall, ja. Tim. Timo. Ja, ich bevorzuge Tim. Weil Timo, ich weiß nicht. Tim. Tim klingt mega. Kurzer, schöner Name. Äh, ja. Gefällt mir. Tim. Sympathischer Name. Leander, Leonhard, Leopold, Leo. Ja, Leonhard. Leonhard, der kleine Leonhard. Ja, klingt eigentlich auch ganz gut. Der kleine Leopold. Der kleine Leo. Der kleine Leander. Ja, also so. Sind eigentlich auch ganz gute junge Namen, würde ich sagen. Thilo, Elias, ja. Fand die Namen früher cooler, aber auch heute finde ich sie noch recht cool. Äh, ja. Thilo hat was. Elias eigentlich auch. Bevorzugt mit I, A. Und nicht mit Y. Ich finde, mit Y sieht einfach nicht schön aus. Bevorzugt mit I. So. Niklas mit K. Also, bitte. Also C, ich weiß nicht. Gewöhnungsbedürftig. Und mit C, K. Eigentlich auch nicht so meins. Also, bevorzugt mit K. Ja, Niklas. Ein richtig schöner Name. Jonas. Ja. Jonas finde ich auch ein klasse Name. Gibt es eigentlich nichts gegen den Namen Jonas zu sagen, oder? Ich finde, Jonas hat einen schönen Klang. Kann man so stehen lassen. Dann Luke. Luke Skywalker, ja. Luke ist ein richtig schöner Name. Also, die Top 3, das sind jetzt wirklich mal der absoluten Lieblingsnamen. Luke finde ich einfach wirklich großartig, diesen Namen. Äh. Noah. Ja, so ein alter Name. Und mittlerweile wieder einer der beliebtesten Namen Deutschlands. Ich glaube sogar, der beliebteste Name in Berlin gewesen. Oder immer noch. Ich glaube, ja. Keine Ahnung. Ein sehr beliebter jungen Name. Noah. Klingt halt auch so. Weiß nicht. Das klingt halt auch schon so. Äh. Ja. Das hat einfach was, dieser Name. Ich weiß nicht. So alt und trotzdem noch so beliebt. Ich weiß nicht. Noah ist ein klasse Name. Für mich Platz 2. Auf Platz 1 steht der Name Nick. Ich weiß nicht. Niklas klingt ja schon cool. Aber Nick irgendwie noch besser. Ich weiß nicht. Die Abkürzung Nick. Ich weiß nicht. Nick finde ich klingt einfach super. Äh. Ja. Und da kann ich jetzt auch noch berühmte Beispiele nennen. Bei Nick. Nick. Äh. Nick Betzner. Vom VfB Stuttgart früher. Heute nicht mehr beim VfB. Aber ich bin jetzt glaube ich in Belgien. Und bei Noah. Der Noah Weishaupt vom SC Freiburg. Ja. Und das ist meine Namensliste. Was sagt ihr dazu? Also mein Lieblingsname ist mittlerweile Nick geworden. Also ich finde. Es hat irgendwie was vom Klang. Ich kann gar nicht sagen, warum ich diese Namen so toll finde. Aber es ist halt so irgendwie. Ja. Na gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal Freunde. Ciao.